Herzlich willkommen zur zweiten Hilsinger Frühlingsfeier, eine Feier, die Menschen verbinden soll, Gemeinschaft stärken und Begegnung ermöglichen. Wir sind die Initiative Zusammenkunft, die mit dem roten Sofa, und freuen uns, dass heute so viele Leute auf der Frühlingsfeier sind. Der Seniorenrat Hilsingen freut sich, dass dieses Ziel, die Gemeinschaft mit anderen Generationen hier in einem Frühlingsfeier stattfinden kann. Da ist er besonders stolz, deswegen unterstützt der Seniorenrat diese Initiative auf besondere Art und Weise, auch persönlich. Wir freuen uns über jegliche Unterstützer und Leute, die mitgestalten möchten, einfach gerne bei uns melden. Wir sind für alle Ideen offen und freuen uns über jeden, der uns unterstützt. Wir sind für alle Ideen offen.